dann im one on one schlage was findet ihr denn wer würde dann im one on one auf dieser map ich denke immer noch dass caitlin der stärkste ist so weil man einfach pushen kann die abstimmung ist wieder sehr eindeutig 60 prozent für leblanc und 40 prozent für set also dieses mal wird das schon interessanter also keine ahnung sind jetzt beide goldspieler auf gleichem niveau eigentlich und es sind zwei champions die sich schon ziemlich kratzen können also set und leblanc ist immer so eine sache wer jetzt da wirklich die oberhand gewinnt aber ich weiß nicht wie das auf dem one on one aussieht also direkt mit level 3 starten und so der boot den seht ihr hier 94 stimmen 56 für leblanc und 38 39 für set anscheinend werden noch ein paar stimmen abgegeben der kreis sieht so aus wir sind jetzt im ladebildschirm wow was war das so wohl lieber passive op vielleicht in einem anderen one on one von diesem level 1 ohne items stur auf sich zulaufen aber in diesem vielleicht nicht unbedingt keine ahnung weiß weiß ich aber nicht so wir sind in game set silent risk taker und leblanc so ich sie einkaufen leblanc hier schon fast fullequipped set einfach noch gar nichts ist das nicht da ist der nicht seht doch da ist er gott sei dank hey suraka und twitch spielen immer noch was ja suraka und twitch spielen noch ja sag dir mal bescheid wie soll ich dir bescheid sagen ja ich weiß auch nicht das epische one on one zwischen suraka und twitch läuft immer noch es erschüttert die welt der ara map oh man ich will grad zu german madlife einladen geht nicht ich hoffe die werden bis zum nächsten match fertig wenn er dran ist alter ey wir spielen just for fun noch weiter by the way ja so ja aber wir brauchen irgendwann die suraka hier im ring ne warum müsst ihr denn eigentlich schon wieder einladen sind doch noch zwei spiele nein ja aber ich hoffe wenn das wunderbar eine stunde dauert ey ne das waren jetzt vier und jetzt kommen nochmal vier und dann kommt das halbfinal ja nein nein wir spielen erst das halbfinale aus dem ersten dingens und dann spielen wir die zwei den zweiten bau ach ja ist der shit so jetzt machen wir was spannendes hier karl zeig mal was du drauf hast mit deinen 7 cs bist du dem set natürlich schon voraus jetzt nicht mehr jetzt hat er acht naja und löst mal eure kekse aus die pogos laufen euch schon gierig hinterher die kleinen fetten dinger ey guck mal wie er dem da hinterher guckt man das ist ja mal heftig da hab ich vorher noch nicht drauf geachtet wenn ich arm spiele kann ich nicht darauf achten aber der läuft ihm ja richtig hinterher ich dachte das passiert nur wenn man die schon gefüttert hat momentan steht es hier einfach 2000 zu 2100 jetzt ist der goldvorstand schon wieder aufgeholt fieldekarl hat hier den silent risk taker schon ziemlich gut harassed er ist jetzt auf halbem leben aber bei drei minuten glaube ich fangen die heels an zu spawnen oder drei minuten nein drei minuten 10 drei minuten 10 mann ey dafür dass ich aram niemals spiele kenne ich mich so gut aus also da sind sie und schon heelt sich auch der set wieder hoch wir sind jetzt bald level 6 ich hoffe dass da mal die dicke action startet neblom kennt ja jeder hat da natürlich einen schönen aggressiven vorteil der set natürlich auch mal gucken was sie daraus machen aus dem level 6 vielleicht ist dann das one on one schon wieder vorbei das kann ja ziemlich schnell gehen aber sie fahren einfach nur vor sich hin mal gucken wie lange das mit den farmen noch so geht zum ende grüß dich oh jetzt kommt die chain mit level 6 hier noch eine oh da geht er jetzt aber aufs verressen er hat leider nur hier keine ignite dabei aber das sitzt natürlich oh da kommt der dive in den tower rein mit den ignite aber holt sich hier first blood fieldekarl hat hier doch noch den tower dive überlebt und damit das one on one für sich entschieden schönes ding karl schönes ding